He he he, und willkommen zurück zu Nefraons Let's Play, wieder mit Baalus Gates, Wurthronis Baal, und es geht weiter in diesen Labyrinth der Festung. Na, meinetwegen. Und zwar in dieses Portal, wo der Ausgang sein sollte. Hallo, guten Tag. Ein Materia, nicht wahr? Ich wusste, dass wir in die materielle Ebene gezogen worden sind, aber ich war mir nicht völlig sicher bei all diesen Störungen. Hm, sieht komisch aus, der Typ. Entschuldigt meine entsetzlichen Manieren. Ich vergesse zuweilen, dass ihr Materia durchaus zivilisiert seid. Ich heiße Eisgareth, und das hier sind meine Diener und Haustiere. Zu welcher Spitz gehört ihr, bitteschön? Wie unhöflich. Nun, wenn es mich interessiert, ich bin ein Kambion eines adeligen Hauses aus Kurst. Noch Fragen? Hm, ich habe schon einige Kambions getroffen. Bösagge Dämonen waren das, und ihr werdet wie ein solcher behandelt. Oder ich bin Neutrana? Ja, noch mal das dritte. Nun gut. War schön, eine angenehme Bekanntschaft zu machen und nicht auf einen Haufen frustrierter Unheute zu treffen. Musste mehrere dieser Bieste niedermachen, nachdem wir hier angekommen waren. Aber was kann man schon von den niederen Ebenen erwarten? Hä? Ich für meinen Teil würde Siegel jederzeit vorziehen und diesen Blutkrieg aus dem Weg gehen, aber die Frage stört sich leider nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Magie eines zerbrochenen Portals auf der Ostseite dieser Höhle etwas damit zu tun haben könnte. Wo immer dieser Ort liegen mag, es erlaubt mir mit dem Zugang zu bestimmten Dingen, geringfickten Dingen, aber öffnet mir keinen Weg nach draußen. Interessant nicht. Ich könnte diesen Ort aber die hiesige Magie... was? Ich könnte diesen Ort verlassen, aber die hiesige Magie ist äußerst mächtig und sehr spezifisch. Als ob ich eine Art Schlüssel bräuchte, um die Schilder dieses Ortes zu durchbohren. Wisst ihr das von unserem Gegenstand? Hm, ein Schlüssel. Habe ich einen Schlüssel? Möglicherweise. Warum sollte ich euch hinauslassen? Ich habe nicht erwartet, dass ihr mir als reiner Herzensgüter einen Ausweg verratet, aber ich werde euch mit euch darum spielen. Erlaubt mir eine kurze Erklärung. Ich habe eine gewisse Neigung zu Glücksspielen. Ich genieße sämtliche Arten des Glücksspiels, doch heute habe ich etwas ganz Besonderes bei mir. Wie ihr seht, habe ich hier ein Kartenspiel, das ich von einem Verwandten, dem Herzog Ruf angewonnen habe. Ein wunderschönes Exemplar. Eine Variation von der Norm, die einst ein Genasi-Zauberer von beträchtlichen Ruf fährt sein. Nun ja, habt ihr euch schon mal überlegt, um welchen Einsatz es überhaupt geht, wenn irgendein Dämon mit euch eine Runde spielen will? Sie brennen darauf zu spielen. Wir spielen um den Gegenstand, der uns von hier fortbringt. Oder um etwas anderes, wenn ihr das Wert von uns besitzt. Was meint ihr von hier an? Kein Interesse? Er besitzt ja nichts, was ich von... Ja, ich weiß gar nicht, was der haben könnte. Stimmt eigentlich. Ich bin interessiert. Wenn ihr oder einer eurer Begleiter bereit ist zu spielen, kommt wieder und sagt mir Bescheid. Es sei denn, ihr habt Angst. Was sagt denn mein Quest-Buch dazu? Hm, ich erinnere mich an dieses Szenario irgendwie auch noch. So flüchtig. Guck mal, es ist bei mir in die Gegend dran. Ah, da ist das Portal. Und ich meine, irgendwie... ... konnte man da auch gut was gewinnen an Gegenständen. Normalerweise, ja, wenn das eigentlich so ein Fall, würde ich sagen, Angriffen gut ist. Aber ich glaube, ich werde hier diesen Spielteil haben. Und ich glaube, ich brauche auch ein Blatt Papier dafür. Zum Glück habe ich eins liegen. Weil das Ganze ist etwas vertrackt gewesen. Mal schauen, was wirklich so funktioniert, wie ich das vorstelle. Ja, ich hoffe, das bringt was. Na, fair und spinnt sich selbst. Mal gucken, müssen wir hier ein bisschen das Inventar in Ordnung bringen. Also dann, was ist bereit für eine kleine Partie? Also dann, was ist bereit für eine kleine Partie? Also dann, was ist bereit für eine kleine Partie? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir spielen nach den Regeln der berühmten Partie zwischen Tanden und Sensaten und Bela... Oh Gott, Val Evurev in Siegel. Jeder von uns zieht eine Karte aus dem Spiel. Wer von uns beiden die Wirkung überlebt und den höheren Wert besetzt, gewinnt die Runde. Ist doch simpel, oder nicht? Also dann, was ist bereit für eine kleine Partie? Die Höhekarte ziehen und gewonnen. Hm, um was geht das? Ein kleiner Terrorseel. Hm. Erfahrung, Lebenskraft. Hm. So, dann vielleicht ein bisschen Erfahrung. Ich hab mir vorhin ein Quick-Safe gemacht, kann nicht viel schief gehen. Ich verfüge ein Spektra... äh, ich verfüge ein Spektra... äh, ich verfüge ein Spektra... äh, ich verfüge ein Spektrafeuer und eine Wunschrolle. Beides beeindruckende Gegenständler. Und natürlich der Edelstein. Was wollt ihr spielen? Hm, drei Sachen auswahlten. Eine Wunschrolle, Spektrafeuer... Ja, Spektrafeuer. Interessant. Höchst interessant. Interessant. Höchst interessant. Der Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. Ich hab' so ne Karte gezogen, die ein... Ich hab' so einen Feind, der Schworl hat, wo wir jetzt angreifen. Wollt ihr meinen Rotten noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ich meine, wir rasten ihr. Aber es scheint eigentlich nur Zufall zu sein. Ich kann ja gar nichts beeinflussen oder irgendwie... Naja... ...zu meinen Gunsten drehen. Ich mach' noch mal einen Quick-Safe. Immerhin hab' ich ja jetzt was gewonnen. Ein Spektrafeuer, ein Schwert. Aha, ich kann ein Schwert herbeizaubern, das vier Runden lang meine Seite kämpft. Hm. Eigentlich ganz nett, aber ich hab' schon tolle Sachen... ...die das auch, die ungefähr so gut sind wie das. Aber ich werd's eh nicht brauchen. Für mich ist dieser Silberschwert? Ach ja, das war's mit Todes bei G, genau. Das Silberschwert ist für mich immer noch die Optimalswaffe. Weil der auch nicht schlecht war hier. Die Gegner aber schwächer werden. Hmhm. Was machen wir noch? Das sprechende Schwert und... ...ein Chaos Schwert plus zwei. Hm. Naja, kann man drüber diskutieren, welches Schwert das beste ist. Also was ist jetzt? Mitzeln oder nicht? Oh, jetzt hab' ich nicht versichert das Lila Coa angelegt. Wie geht es als Schwert? Wie es mir geht? Seit wann kümmert ihr euch denn um mich, wenn ich nicht gerade bei irgendwem in den Gedärmen stecke? Aber nun gut, lasst mich einen Moment nachdenken. Ich wüsste ein wenig Pflege meiner Schwertscheide durch auszuschätzen. Nehmt euch ruhig etwas Zeit. Aber was erzähl' ich denn da? Angriff! Gemetzel! Juhu! Das ist mein Leben! Mach's kurz! Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlen! Als Gegenspieler. Also nochmal quicksafe mit Korgan. In die nächste Runde gehen. Also dann, was ist? Bereit für eine kleine Partie? Äh, wieder Erfahrung. Die Wunschrolle. Stärke. Ein Extremosplatz. Interessant. Höchst interessant. Der Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. Herausforderung. Hoho, hat Schaden bekommen. So, war es das. Ein gefährliches Spiel und doch haben wir beide es relativ unbeschadet überstanden, wie es war. Ist ja wieder die Runde gewonnen und wieder Erfahrungspunkte bekommen. Korgan kann sich nicht bewegen. Äh... Na gut, ich nehme an, dass der Effekt temporär ist. Was wollt ihr, Oberwäldler? Wunsch. Na toll, den Spruch habe ich tausendmal ja bis kurz schon gelernt. Hm. Dann, dann feiern. Hm, ich bin dabei. Seid gegrüßt. Wie geht es euch? Äh... Ja. Interessant. Höchst interessant. Der Genasi war ein Genie, wenn ihr mich fragt. So. War es das? Ein gefährliches Spiel und doch haben wir beide es relativ unbeschadet überstanden, nicht wahr? Hm. Komisch, also ich habe jetzt zwar verloren, aber er gibt mir den Stein trotzdem wieder, also... Ich danke euch. Für einen Materia seid ihr gar nicht mal so übel. Kommt, meine Herzblätter, lasst uns in die Ebenen zurückkehren, bevor uns jemand vermisst. Vorwärts! Ich bin mir nicht ganz klar, wie der Ausgang gespiegst jetzt war, ob das so sinnvoll war oder nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe irgendwie jetzt keinen Blick verloren, warum es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich werde jetzt mal zur Kontrolle, ob ich das Spiel gewinnen könnte und nochmal das Quick-Safe laden. Mal gucken, ob ich dann dieselben Debuff bekomme. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Also dann, was ist? Bereit für eine kleine Partie? Die Schrift war Lassebaum weg, ich meine jetzt gleich Edelstein. Flucht... Achso, erstmal Lebens... Ne, Fluchtblick, genau. Edelstein, ja genau. Interessant, höchst interessant. Der Genasi war ein Genie... Ach, das ist der selbe Effekt, da ich aber auf Wünschen eine höhere Karte hatte. So, war es das? Ein gefährliches Spiel und doch haben wir beides relativ unbeschadet überstanden, nicht wahr? Oje, das lässt mir leider keine Wahl. Ich hasse Unsportlichkeiten, aber ich will auch fort von hier. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, greift mich trotzdem noch nicht diese Sau. Oh, damn. Was ungünstiges ist, weil mein Zwerg gerade nicht mehr laufen kann. Ist ja... Ja? ...quasi gelähmt. Ähm... Und was darf es jetzt sein? Dann brauchen wir natürlich irgendwie... ...Unterstützung? Oh, meine Todes... ...Magie? Gar nicht schau. Du könntest mir noch irgendwas... ...hochpuffen? Dann eben nicht, was da ist... ...Hase! Äh, sehe ich nichts mehr? Ja? Äh, das ist hier vorne alles. Die drei. Äh... Der den Zauber überlebt. Kommt schon, belästigt jemand anderen. Kurios. Und dann nehmen meine Beschwörungen... ...Wie lange wollt ihr... ...Muss wohl was anderes ausprobieren. ...Muss wohl was anderes ausprobieren. ...Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich... Ich... ...sind so viele Gegner hier. Ich blick gar nicht mehr drauf, was ich angreife. Ah! Oh, den? Ich warte! Ich kümmere mich! Ich hatte quasi... Oh, diesen komischen Zauber. Der in der Abflanzzeitschung. Nächstes Mal! Die Boah kann sich bewegen und besser gegen ihn kämpfen. Äh... Könnte noch was hinzumachen. Vielleicht den Bären beschweren oder so. Die Dienerin der Natur ist bereit. muss wohl was anderes ausprobieren ich brauche kein Frank unnötig Frank kann wieder das weiter so, was hätten wir eigentlich noch ein D-Arbeit zaubern muss wohl was anderes ausprobieren ja, das ist eigentlich tot ein düsterer Deva hat sich den Kampf in den Zuge gestellt nach der Seite zum Glück was macht eigentlich der hier oben keine Ahnung, er macht jetzt ich bin dabei naja, mit ein bisschen Beschwerungsunterstützung konnte man den Kampf auch gewinnen ja, dieser, ah, der kann sogar auch ein hervorragend böse Deva, ne, in praktischen böseartigen Charaktere total böse, aber tiefer natürlich andere Fähigkeiten als der helle Deva, aber ich kann uns immer den Zauber wegmachen da geht immer eine gute Unterstützung eine mächtige Unterstützung Krankheitenheim, Furchtschutz das ist eigentlich eine Krankheit das Taubsein, Stummsein ne, anscheinend nicht Heilung für Korgan ja, der Effekt ist noch da kann es nachvoll nicht bewegen ich hoffe darauf, dass es temporär ist sonst habe ich, äh, die Notwendigkeit das QuickSafe nur zu laden ich warte, wenn es denn sein muss ob es jetzt lohnt, überhaupt hier anzugreifen mal einen Bogenstab ist das Kartenspielen schon tolle Gegenstände ob die sich alle lohnen ach, die Pack ist voll äh, eigentlich nichts besonderes gehen wir es mal so ein bisschen Platzinventar haben äh, Gold, ja, Gold ist auch gut ah, Heiltränker der guten Erzmagier könnte man fast für noch ne, doch Immun geht noch wobei ich glaube, die verkaufen wir auch Korgan, der immer noch verwunschen ist ist ja klar, das passiert ja auch solange ich im Inventar bin Lüftschwert in die Spielkarten ach so lass es weitergeben Kettenhand plus 3 und 2 Händer plus 2 eigentlich nicht grad die Rede wert Kettenhand plus 3 aber ja, ist auch noch irgendwie geschwächt hab ich das Gefühl schon ein bisschen blöd eigentlich das ist so ich werde versuchen, uns mal nach ob das danach immer noch so ist hm, das ist permanent was aber eigentlich gar nicht geht weil die hat ja diese diese eine Sache glaube ich warum kann man das ne, ich dachte, er hat ein Gürtel gehabt wo er stärker wird hm, Kampf gewonnen aber es nützt mir nichts weil meine Charaktere dann in Dauer auf dem Depot fahren schick's Herzkarten hm ungünstig, aber ich sag mal die Beute ist nicht so toll, dass ich jetzt sagen würde das lohnt sich wirklich da so einen Debuff hinzunehmen ich werde nochmal das ähm, Quicksafe laden beziehungsweise das Original das hat ja vorher nicht viel passiert äh, das war das hier ja da hatte ich aber auch schon so einen leichten Debuff drauf komisch, woher eigentlich macht's kurz das blöde seit Corgan kann ich nicht so lassen das ist ja geht ja gar nicht hm, wie geh ich also weiter vor hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt ja ich hoffe das bringt was der hat ja nichts was ich wirklich bräuchte schwere Entscheidung ich könnte ja etwas so durchhuschen vielleicht hm wie lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten ich meine wir rasten jetzt sagt mir was zu tun ist hm, müsste eigentlich gehen oder und was darf es ja, ja, ich habe ja schon begriffen hm also ich brauch scheinbar den Stab von dem Team und das ist natürlich dann schon etwas kniffliger ja jetzt war sie edelständig im Stab, ja ja ja, verstanden ja immerhin ist sie ja eine Diebe drücken wir mal einen Schluck das sollte ihre Fähigkeiten exponentiell nach oben schießen lassen hm, kann ich sie hätte ja klappen können hätte ich euch Shimo gebraucht oder so ja na gut aber alles in allen ich werde ich wenigstens gut bezahlen so, mein Debuff ist jetzt weg ist die Frage also dann, was ist? bereit für eine kleine Partie? äh Fluchtweg Edelstein Arklist oh also je nachdem welcher Charakter scheinbar dieser bettelt ein wenig dann könne ich euch einen schnellen Tod bettelt ein wenig dann könne ich euch einen schnellen Tod sagt mir was zu tun ist bettelt ein wenig dann ich warte nein, das ist äh zum einen ungünstig weil ich ja jetzt einen Zwischenbieter im Cut habe und will ich ja diese Runde nicht krassen werden nicht krass die ja um mich herumstehen und mich töten würden also wieder Quick-Safe reloaden das fällt jetzt mal kurz ab bis das hier abgelaufen ist ja, ich hoffe das bringt was ähm also jetzt nochmal Quick-Safe jetzt müssen wir jemand anderes hinschicken der vielleicht mehr Glück hat bei der Karte also dann was ist bereit für eine kleine Partie interessant höchst interessant wie lange wollt ihr meinen Morden noch mit eurer Peitsche bearbeiten? was ist das? was ist das? ich meine lieber äh tiefwerk bekommen aber leider hat der wieder anderen Zauber bekommen ich hoffe das bringt was also dann was ist? bereit für eine kleine Partie? interessant höchst interessant der Genasi war ein Genie wenn ihr mich fragt ich muss die Frage was meins für so war es das? ein gefährliches Spiel und doch haben wir beide ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum der Gegenstand liegt auf dem Boden so jetzt jetzt haben wir die Konzentration die wir brauchen und ich gehe auch besten die Katzen müssen wir zuerst mit töten weil sie sind relativ gefährlich macht's kurz hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt so dann kannst du den äh Elfrit bespüren dann ist gleich ein Depa dazu die Dienerin der Natur ist bereit schon erledigt so dann noch mal ein bisschen hoch puffen Niemals! Ich hab' das ins Blut ist! Sonst hat die beiden den Schwarm auf dem Kopf aber das macht eigentlich nichts! Sonst und die beiden sind nicht. Ich bin ja tot. Dann kann der Devan eine Feuerhundung nicht mal heilen. Ich warte! Können auch mal n'frank trinken. Was macht das Ganze hier? Können auch die Berner zu beschwören? Wacht schon! Wacht schon! Wacht schon! Hä? Hm? Dieses blöde Kugel sehe ich grad noch was nicht volljagt. Ich kümmere mich drum! Hat grad einen gedötet mit einem Schlag. Hey, verdammter Truck! Los! Spucken's schon! Was ist das denn? Was ist das denn? Sieh, wenn ich mir die angreifen werde. Jetzt hab ich irgendwas markiert. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich meine, wir rasten. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Und was darf es jetzt sein? Der Verdammte Bastard ist die Moon! 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 Jetzt ist er tot! Der hat sich mir gegen mich gewandt im Kampf. Sehr schön! Kann ich nochmal kurz heilen? Hm, ich bin dabei! So, das machen wir mal ein bisschen auf, das haben wir alles schon mal gesehen, mehr oder weniger. Heiltränke... Schnelligkeitstrank, naja gut. Bogen, Edelstein... Ach, da hält das aber voll. Ist auch ganz gut, wir können ja dann hoffentlich nächstes Mal gleich raus. Ja, wenn es denn sein muss. Das ist Kartenspiel. Schnellige Lederwand, psst, kann verkauft werden. Ähm, das auch. Ja, Kartenspiel weiß ich nicht. Hebe ich mal auf, keine Ahnung. Was wir brauchen werden. Das hier auch auf. Wissen wir im Grunde schon, was es ist. Verrüstung, Tränke... Naja... Eigentlich gute Beute. Der Stab eigentlich auch nicht schlecht, zumindest zu verkaufen. Zumindestens. Was geht denn? Ich hab schon wegen weniger getötet. Kannst du mich noch zaubern? Ne. Sagt mir, was gute Idee, das mir zu übertragen. Ich stehe euch zu dienen. Vielleicht ein Debuff auf den Deva wirken? Manes... Potentes... Äh, ein Debuff, ein... Waffe natürlich. Ja, war seiner Zeit abgelaufen. Na gut. Den Bär noch. Ja, schon unterwegs. Aber was? Irgendwas zu sehen hätte vielleicht. Das ist wohl ein interessantes Zeug. Naja... Nicht der Rede wertig. Kommt, na, meinetwegen. Dann gehen wir also. Und mal sehen, was unserer nächsten Ebene erwartet. Dankeschön doch die Junkie. Ich kenne noch ein bisschen Spaß. Was? Wo seid ihr denn hergekommen? Ich hab euch doch nicht herbeigezaubert, oder? Nein, natürlich nicht. Es können ja nur Kreaturen auf den Ebenen herbeigezaubert werden. Das müssten wohl mal wieder närrischer Abenteurer sein. Ähm, ja, ich bin der Freya und Odrin hat mich geschickt, um die Eingekerkerkerten zu finden. Wer seid ihr? Odrin? Eingekerkerte? Diese Namen sagen mir nichts. Wer ihr seid, ist ohnehin nicht wichtig. Ich bin der Einzige, der hier wichtig ist. Ich bin Karsthon der Wunderbare, der Fürst dieses Stockwerks. Hm, wenn ihr der Fürst dieses Stockwerks seid, warum seid ihr unter Glas eingesperrt? Ich schraube mich nicht so an, als ob ich verrückt wäre. Ich bin nur das Opfer der Umstände und mache das Beste aus einer verzwickten Situation. Eine ziemlich interessante Geschichte. Vor ungefähr zehn Jahren war ich noch ein Amt Heurer Via. Ich kam mit meinen Schülern hierher, um die Festung zu erforschen. Ich war auf der Suche nach Ruhm und Reichtum und fand diese Maschine. Es ist die erstaunlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Ja, was ist das? Schön, dass ihr gefragt habt. Dieses faszinierende Gerät hier ist die Maschine von Blumen, die Verrückten. Mit Hilfe kann ich Karakturen erbeizuern, die mich unterhalten, wenn mir langweilig ist. Und dann meinen Zornen gegen sie in Fesseln, wenn sie mich wieder langweilen. Aber wie seid ihr in diesem Gefängnis aus Glas gelandet? Ah, aber das Glas. Wisst ihr, ich wollte es eigentlich nicht erschaffen. Die Maschine von Blumen mit den Verrückten ist ein Launch-Spielzeug. Aktionen, die man mit ihr ausführend haben, Konsequenzen, die man nicht einfach so Rückgänge machen kann. Ah, ich habe ja so mit der Schiene rumgespielt und der Schuss dahinten losgegangen. Gefangen? Ja, missverstanden. Das Glas beschützt mich. Es macht mich gegen jede Gefangenheit rüber. Ich benötige weder Essen noch Nahrung. Die Jahre ziehen ohne spielbare Auswahl vorüber. Ich bin ein Unsterblicher geworden. Ah, als ich dann zum Unsterblichen wollte, müssen wieder eure Lehrlinge geschehen. Der Lehrling ist ja am Ende dabei gewesen. Ich könnte erst wagen, mich nach diesem Mann, nach meinem Lehrling zu fragen. Vielleicht wird das Ziel ja auch in der Gürde reagieren. Ach, ich bin schon ohne meine Wunten schwach genug. Habe ich gerade angegriffen? Könnte mir hier mal jemand zur Hand gehen? Macht's gut! Ja, das klingt okay! Ich bin beschäftigt! Ich bin beschäftigt! Ich bin beschäftigt! Naja... Was für Narren? Tod! Ich wunsch, was passiert ist! Ich bin beschäftigt! Ich bin beschäftigt! Oh Gott! Der Sieg wird unser sein! Ihr wisst das! Äh... Der ist so gut aus! Was wollt ihr, Oberweltler? Hm... Ich hoffe, das bringt was! Das kann ja wissen. Der ist so gut aus! Der lieu der Lied! Ja, Abel? Ich werde eurer Stärke folgen! Ah, jetzt wird fast ok... Die, die, wie ihr wollt! Ja? Sagt mir, was zu tun ist! So, jetzt klappt man mal auf die anderen! Jetzt können sie das Gegner nicht töten. Vielleicht kann ich ja feiern. Ja klar das geht. Die können es mir nicht gegenseitig töten, aber ich kann sie nicht töten. Aber ganz relaxt. Sehr schön. Noch eins. Gut. Ich stehe euch zu Dienst. Ja das war jetzt bei einer schief gegangen. Zum Blick habe ich noch einmal... oder auch nicht. Das aufheben. Ich warte auf euren Befehl. Ja wenn nicht hole ich es mit meinem Priester oben. Das müsste eigentlich auch gehen. Also rauf jetzt. Das würde ein bisschen auffrischen. Da kommen große Veränderungen auf uns zu. Oder? Bei all dem mache ich mir die größten Sorgen über eure Zukunft. Warum Jahira? Was bereitet euch so große Sorgen? Wir haben viel gekämpft und sind gegen zahlreiche Kinder Baals angetreten. Sie wollten euch erobern. Sie wollten Baal wieder erwecken. Sie wollten zu Baal werden. Sie wollten zerstören und erschaffen. Jetzt frage ich mich... Ich frage mich was passieren wird, wenn das hier vorbei ist, Nefraion. Wenn wir siegreich sind, wird sicher ein großer Teil der Essenz Baals frei werden. Wird die Essenz in euch strömen? Ich meine die Kinder werden dazu erschaffen, Baal eines Tages wieder zu erwecken. Sie werden durch einen inneren Zwang getrieben, zu erobern und an Stärke zu gewinnen und dann diese Stärke an Baal zurück zu geben, wenn sie sterben. Was passiert, wenn er nicht wiedererweckt wird? Hm. Er wird auf ewig tot sein. Seine Essenz wird sich auflösen. Zu den Eifern nicht mehr geben. Wird es das? Er ist tot. Seine Essenz strömt in jenen, der entschlossen genug darum kämpft. Wer wird morgen darum kämpfen? Ein anderes Kind Baals? Ein anderer Gott? Ihr? Das ist gerade meine größte Furcht. Eine derartige Person würde unwirklich, ja gottgleich werden. Sie könnte in einer sterblichen Hülle nicht existieren. Die Natur würde das nicht zulassen. Eine derartige Person würde diese Ebene verlassen. Sie würde Pflichten in Sphären erfüllen müssen, die über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen. Eine derartige Person wäre für Unsterbliche so gut wie tot. Für mich auch. Nein, so beruhigt euch doch, Herr Hera. Ich werde euch nicht verlassen. Weder in dem ich sterbe noch sonst wie. Ich möchte möglichst lange an eurer Seite bleiben. Schon wenn ich befürchten muss, dass ihr im Kampf verletzt werdet, bekomme ich alle Zustände. Ganz zu schweigen davon, dass euch das Schicksal mir einfach so wegnehmen könnte. Ich bleibe bei euch, keine Frage. Egal was passiert. Morgen. Eines Tages. Wie sieht es mit dem Rest aus? Bedenkt auch den Rest. Bedenkt auch an den Rest. Ja, werde ich machen. Geht in Ordnung. So. Und wir sehen auch schon, wir sind relativ weit unten. Nach dieser Stufe gibt es nur noch das Endgeschoss sozusagen. Also links ist zwar noch so eine zweite Abspeilung. Also entweder das vorletzte oder das letzte Geschoss müsste es dann sein. So, mal gucken, ob wir uns hier heilassen können. Viconia, im Laufe unserer gemeinsamen Reisen habe ich vor eurer Kraft einen gehörigen Respekt gewonnen. Und ich, Edwin, konnte den Klang eurer Stimme noch nie leiden, seit ich dieses nasale Greinen zum ersten Mal hören musste. Äh, verschwindet, Edwin. Ich bin nicht in Stimmung, um euch zu ertragen. Ja, Meister, was da... Edwin, du dies, Edwin, du das. Wie wäre es, wenn jemand diesem Trottel eine Banane besorgt? So, ich denke, das kann ich hier mit den Priesterfähigkeiten... Äh, falscher Bereich hier. Fluchbrechen. Ne, mit Fluchbrechen geht es nicht. Genesung hier. Alle sind gehalt. Wunderbar. Ja? Fürchte mich! Und jetzt können wir unsere Sachen noch verkaufen. Mal gucken, was wir noch rauskriegen an Geld. So, der kann weg. 1600, schon mal nicht schlecht. Äh, Schicksalskarten, der hat ja nichts dabei. Das Kettenhemd. Die Baden-Anschuhe kann ich eigentlich auch verkaufen, weil... Ja, bringt ja eigentlich im Grunde nichts. Hab kein Baden dabei. Noch ein Kleriker-Strecken kann ich auch verkaufen. Beschlagende Lederwams. 6000 dafür nochmal. 1000 dafür. 1500 dafür. Ja, kommt was zusammen. Verständigkeitsöl brauche ich auch nicht. Nicht unbedingt zumindest. Und ich habe noch was davon. Edelsteine, weg damit. Noch mehr Edelsteine. Na. Edelsteine-Beutel. Okay. Und was darf es jetzt sein? Und dann müssen wir noch einmal nächtigen. Ja. Und dann müsste eigentlich alles wieder so sein. Flüde nutze ich niemand etwas. Dass wir uns in diese nächste Etage wagen können. Was wir, ja, im Endeffekt dort noch alles erwarten. Das sehen wir dann zum nächsten Part an. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Euer Nefrayon.